Also normalerweise heißt Bayreuth Abwurscht. Ich habe mir jetzt hier eine Brezel gekauft, aber diesmal habe ich etwas Neues entdeckt. Kodorus ist hier ein Wok, einen vegetarischen Wok. Kostenpreis 7 Euro. Rundfischmittag. Prima. Ja, frisch gemacht und ist schön heiß, leicht, so dass ich auch den zweiten Akt gut durchstehe hoffentlich. Also Siegfried, der erste Akt war schon super, aber schwer zu sitzen. Dreh ich die Kamera mal lieber weg, weil Nudeln essen ist immer ein Problem. Okay, also wir essen in der zweiten Pause. Perfekt, Dankeschön. So, gute Nachmittag. Danke. So, jetzt mal ganz kurz. So, dann bin ich jetzt bei der Wildkräuterbratwurst. Und es geht, eine biologische Variante, 7 Euro. Etwas trocken. Im vergangenen Jahr gab es Roma-Bratwurst. Und dann gab es Trüffelbratwurst. Jetzt gibt es die Wildkräuterbratwurst. Rein biologisch, wie es so schön heißt. Naja, okay, 7 Euro. Erstmal schon weg. Guten Appetit. Da ist er.